servus und willkommen zu einer neuen folge von gt new horizon ja wir möchten weitermachen vor allem ich habe zwingend was raus wieder was rausgefunden also ist lustige ist also den weg werde ich auf jeden fall weitergehen denn ich brauche dieses hydro chloric acid ja das muss man einmal sich herstellen und dann lässt man das halt einfach laufen am besten braucht man noch ich glaube 12 zellen hier hole ich mir noch schnell dann kann man die eventuell dann auch immer wieder wegen laufen lassen nebenbei ich habe schon gesagt mein größtes problem ist ich wäre eigentlich es silicon zu einfach nur zu wenig haben kommt gleich zwei kompletten steck mit können wir ja unten reinlegen so also das heißt jetzt ich habe jetzt das da und jetzt muss ich dass da da reinlegen dass da da reinlegen und ich glaube ich brauche noch hito ja schon wieder paar minuten näher genau und ich brauche noch hydrogen heute auch jetzt 12 gleich brauchen nicht braucht 8 so hammer ja rein schmeißen rein schmeißen und ich ach ne gschmalli klar brauche ich nicht ich rede ein blech auch nur davon vier wenn man es einmal hat kann man das die ganze zeit laufen lassen das wird auf jeden fall interessant dann aufzubauen weil ich brauche dann sozusagen eine chemische reaktor wenn der das natürlich in 11 kann ja reicht ein lv reicht auch ein lv lassen wir mal schnell laufen so dann heißt es jetzt du kommst da rein du kommst raus du kommst da rein du kommst da rein du kommst da rein das heißt die laufen wieder flöhlich 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 durch das sind vier durchgänge wie gesagt ist dann auch egal kann ja die ganze zeit laufen ich sage das problem ist halt nur aber ich möchte das auch definitiv so haben ich möchte das rein schmeißen ich möchte das erstmal nicht komplett auf vollautomatisiert haben soll jetzt kommst du dahin du kommst du kommst dahin du kommst dahin das habe ich jetzt mit kreaktor und so nee ach nicht nicht merkt schon wieder ich stelle mich ach sind wir schon fertig ich bin auch schon banane ich bin schon wieder ich bin schon wieder beim nächsten und ist durch also das das muss man halt ein wenig verknütteln weil es sozusagen es da muss dann dahin des da muss dann dahin oder ich schaue mal ob ich das da auch hinkriegt dass ich zum beispiel des da als zelle hinkriegt und dass da als flüssigkeit wieder rein laufen lasse ja du kommst raus du kommst rein gut ich habe mir noch gallium gemacht 32 aber bevor ich das mache ich habe da auch noch was anderes ach nee das muss ich ja gar nicht da drin machen doch dann kann ich den ebf einfach mal anschmeißen und zwar wir brauchen jetzt das kristallin zeugs das heißt ich brauche den circuit nummer zwei dann muss das rein dann muss das rein so und es läuft der 450 sekunden passt so und in der zeit kann ich jetzt mal mein mein assembler laufen lassen das heißt jetzt kommt das da rein das kommt das da rein du gehst mal weg du kommst rein dann kann der auch laufen und wir haben data unsere ersten item kundel das heißt wir können jetzt auch anfangen die automation laufen zu lassen was ich auf jeden fall auch noch machen möchte ist die variante mit der flüssigkeit also hatte ich an machen wir die machen wir aus die variante brauche ich machen wir an das heißt wir brauchen jetzt stahl fluid pipe wir brauchen dark steel plate dark steel plate das habe ich schon da das heißt ich brauche jetzt obsidian dust war auch cold powder oder electrical steel was ich momentan nicht habe aber wir schauen uns mal electrical steel auf jeden fall auch mit an das heißt ich brauche stahl ich brauche kohle und ich brauche raw silicon aber wir gucken mal habe ich sowas da ich habe stahl da raw silicon habe ich auf jeden fall da kann wieder laufen und deswegen sei das ist das ist einfach ja das ist halt einfach nur mal zwischenschritt was man halt machen muss aber ist ja egal so wir sind jetzt bei 137 dann nehme ich mir jetzt mal hier auch zwei raus ja ich muss nur aufpassen brauche das beides also das heißt wir machen jetzt einmal den da das heißt auch noch cold powder und das brauche ich dann muss ich nochmal gucken ah ok da brauche ich drei alles klar dann mache ich da electrical steel draus brauche ich sowieso ein zweier das rein das rein das rein das rein vielleicht zweimal so wir haben electrical steel wir legen uns hin so der kommt dahin jetzt muss ich noch hoffen dass ich obsidian dust noch habe dann holen wir uns was wenn ich doch noch was habe ist es auch egal muss ich sowieso auch mal hinten irgendwann einräumen aber da muss ich mir dann mal ein konzept überlegen und das kommt jetzt dann peu a peu wenn ich jetzt dann die sachen unten anfangen weil wenn ich natürlich das alles unten anfangen das rein klicken länger gedauert nicht sehr laufen das rein klicken ok also wir haben jetzt electrical steel wir haben jetzt obsidian jetzt schauen wir mal ob wir nochmal was haben nein ich brauche jetzt nochmal kohle powder ich glaube das müsste es gewesen sein das passt wir haben dark steel klasse das haben wir auch das was ich jetzt als nächstes brauche das habe ich nicht weil das ist noch da brauche ich noch ein vakuum freezer so du brauchst es auch noch deine zeit was brauchst du eigentlich um durchzulaufen du brauchst oxy oxy ja wie noch drin oder ja und derzeit kann ich mal nochmal zwei stecks clay durchjagen kann ich alles rausnehmen doch passt es kann halt auch sein dass ich dann die filter brauche aber es wird man alles sehen und wir nehmen alles viel mit und ich schaue mal nach unten ich was ich auf jeden fall noch machen will und wir nehmen alles viel mit und ich schaue mal nach unten was ich auf jeden fall noch machen will ist ich will mal gucken ob ich eventuell eine die sind leer die seite ist voll ok der ist gerade leer geworden passt passt äh ich will auf jeden fall mal eine engine bauen äh mv und hoffen dass ich die zusammenkriege ähm na also das den bereich haben wir ja schon ähm ja aber nein da ist mir das da äh wichtiger jawohl wir haben es fertig da kann ich jetzt meinen darksteel reinhauen da werde ich bestimmt die elf brauchen jawohl äh machen wir auch gleich den da fertig dann wird die quest nämlich gleich abgeschlossen das heißt dann habe ich das da da kann der gleich wieder laufen so das heißt wir haben monokristallin halt das ist die andere maustaste jetzt was ich brauche back so das heißt wir haben jetzt das fertig das heißt wir brauchen jetzt den silicon wafer advanced cutting machine hahaha ich brauche die nächste cutting ich habe doch gewusst da war noch was aber ich sehe doch hier lv wieso willst du die advanced cutting machine wafer zu haben ok man braucht es sowieso aber ist jetzt nicht das wichtigste ja ist halt momentan ja nicht teuer aber habe ich jetzt eigentlich nicht so immer auf meinem auf meinem schirm gehabt so was haben wir denn cooling cantal advanced chemical bass ich habe nicht mal das normale ja da haben wir auf jeden fall spaß bio diesel das wird auch irgendwann interessant genau also jetzt machen wir auf jeden fall erstmal ein bisschen alu habe ich noch weiß man mal eine runde durch da bin ich näher am kabel dran kabel mitnehmen haben jetzt auch zwei neue super tanks gebaut also einmal den kleber was gesagt habe dann habe ich jetzt mittlerweile auch biomasse und jetzt habe ich mal einen tank für öl angelegt die sind auch alle schon mal gespeichert der auch der nicht so weit da bin ich noch beim überlegen es kann auch sein dass der kleber ja ich weiß irgendwann brauche ich ihn weil wie gesagt wenn halt unten das läuft ist klar so ok dann hätte ich gesagt machen wir erstmal die münzen weg dann habe ich hier meine acht platten dann kommst acht stück dann kommt der rein du kommst zu du kommst rein du kommst rein so gut kann ich dich wieder reinschmeißen ja und zwar ich will er haben wollen wir nicht noch mal geben ich möchte eigentlich die advanced combustion generator so dafür brauche ich ein gut elektronik circuit momentan noch nicht so was brauche ich dafür um einen zu bringen bauen zweimal die diode zwei kupferkabel weil track hat nichts mehr so was muss ich jetzt machen um dich zu bauen ich brauche dafür sodium persulfat oder eisen 3 chlorid eisen 3 chlorid mache ich aus chlorin und eisen 2 oder aus hydrochlorid acid wieder das zeug ja nur diesmal kriege ich es nicht raus das ist das ist das ist das ist der nachteil und sodium persulfat dasselbe ja wobei mit salz die das rausbekommen also mit sodium kriegst du wasser mit salz kriegst du das habe ich noch ich habe doch ein bisschen was durchlaufen lassen okay dann heißt es jetzt ich brauche jetzt so fort ich habe mit reaktor das sagt nummer eins deshalb noch im gebrauch wenn er durch ist kann ich mal schnell benutzen dauert nicht lang das fällt mir gerade so auf das habe ich das nie eigentlich gemacht ja weiß oben immer rumgepanscht habe ist egal ja also jetzt kommt das habe ich gesagt du kommst rein und du kommst rein dort ging das schnell ja aber ich muss jetzt so bis naja wobei ich muss eigentlich also du kommst wieder da rein da rein da rein da rein du musst raus habe ich ein hydrochloric acid übrig so dann habe ich habe ich jetzt ja habe ich natürlich drin liegen lassen warum soll es mitnehmen wenn ich so dass es gebraucht hätte nö nö war einbildung einbildung ist auch eine bildung wir brauchen mal schnell ein bisschen vier stück dann holen wir uns auch gleich davon wird er eher mehr statt weniger was wir brauchen ja ich weiß es gibt jetzt dann die möglichkeit dass man dann über die wafer dann da besser hinkommt aber wir brauchen noch ein laser engraver wir brauchen dann noch den anderen ja da habe ich mache ich eigentlich schon fast zu wenig dann müsste ich eigentlich fast schon noch mal noch mehr wobei ein fünften fünf sind ja auch fünf machen ich sage mir dass du noch ein gold da hast danke so wird dann läuft jetzt das auch so das sodium bisulfat kommt jetzt in den elektro leise und dafür mv auch nur eine leere zelle ich kann sagen aber schon ein paar mal gemacht ja aber der weg ist auf jeden fall hat auch interessant war wie gesagt jetzt habe ich 500 doch auch endlich mal dass ich eine dabei habe und du kommst jetzt wo rein in chemical reactor lv ja wir sind mal wieder beim bewerten auch keinen circuit aber jetzt ich habe jetzt nur 500 dann muss die habe ich dann hat hat sich da was geändert dann habe ich im bezweig macht oder ich es hat sich was verändert ich habe tausend immer sonst gekriegt weiß es aber nicht mehr okay was war das jetzt ach so genau ja wie gesagt es wird alles noch interessant wenn ich dann ja dann habe ich immer zwei gemacht weil ich dann immer tausend rausbekommen habe ich weiß es nicht mehr dann nur noch reine reine spekulation was ich jetzt dann so haben wir schon mal zwei sondern kommst du da rein du kommst da rein du kommst da rein dann müssten jetzt eigentlich fünf boards rauskriegen so von dir brauche ich zwei auch noch zwei kupferkabel und dann noch das board machen wir mal die ersten zwei lift es ist doch schon mal schön wir haben uns ein circuit du kommst dahin du kommst dahin passen dann brauche ich hier motoren heißt ich brauche 16 da ha ha wird auch hier da muss ich dann auch mal demnächst mal massen herstellen motor nummer eins das heißt wir brauchen für den motor ersten habe ich beiden kriegen auch noch zusammen dritten kriegen wir noch zusammen das heißt ich brauche von hier machen wir gleich mal 8 auch rein von hier machen wir fünf auch rein dann haben wir jetzt schon mal und wetter draußen wir legen uns hin sollte man irgendwann mal mein zimmerchen machen dass ich mich mal wieder mein normales bett ich glaube der kennt nur schlafsack er kann er kann dann bestimmt nicht schlafen weil das bett so weich ist so hammer 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 haben wir zwei nummer drei wir brauchen noch drei so dann brauchen wir kleine habe ich ich brauche zwei davon brauche ich noch weitere drei zwei stück von den dingen die hammer das hammer die brauchen wir noch jetzt muss ich nur schnell schauen weil ich sehe gerade ich habe noch goldfolie ich vermute dass da noch einer drin ist sehr gut so dark steel dafür brauchen wir auch zwei darf ich nämlich nicht vergessen und was brauche ich noch ich brauche stahl fluid pipes sind aber normale glaube ich das geht schnell er kann aber stahl verarbeiten du wir müssen das muss da rein das muss da rein du musst da rein nein ja ist ja gut das ist schon mal hv also hv habe ich schon mal vorbereitet geht leider noch nicht freu mich ich finde natürlich das erste rezept wo man wo ich hv brauche voll so electrical steel ist der hier muss ja auch erstmal durch ein ebf jagen jawohl was brauche ich kupfer da davon sechs stück ich bin mal gespannt wann ich es mal schaffte nicht am eck hängen zu bleiben in einer folge nicht nur einmal einmal kriege ich hin der ganzen folge meine ich jetzt ja das schaffst du schon wenn du in der folge nicht durch die tür laufen musst ja witzig so der chemical reactor dann ist der durch dann kann ich wieder den da den da und das da rein schmeißen auch erstmal nur ein der stimme laufen ja ich gehe noch einen zweiten hin jawohl aber wir haben jetzt auch noch die fluid conduits das heißt ich habe jetzt die möglichkeit über einen block sozusagen beides zu machen ja ich will schon mal eine platte machen ohne dass ich überhaupt das ingrid hat funktioniert bestimmt so in der zeit du kommst da rein du kommst da rein du kommst da hin das heißt ich kann es dann immer wieder mal elektrische steel machen oder beziehungsweise schon mal die pipes vorzubereiten also zwei stückchen schon bin ich wenig es war zwei aber wie gesagt das ist jetzt nicht das wichtigste aber wir stellen uns schon mal einen ganzen stack von dem zeug her was was zeigte mir denn da hinten an better tools extrude also sings ich habe noch nicht alle fertig glaube ich wire habe ich glaube ich noch nicht vielleicht habe ich noch nicht alles andere habe ich habe ich den also huge habe ich auf jeden fall aber blade habe ich also ich glaube die geht für den rotor das habe ich noch nicht gemacht sollte aber auf jeden fall auch im ermessen von mir liegen dass ich den mache eigentlich müsste ich mir den auch noch leer machen und da könnte ich nämlich auch mal ein raw silicon dahin legen ja aber wir sind ja dabei was zu tun was ich gerade wieder komplett aus dem auge verloren habe wie hier den pipes aber hat den sinn warum dass ich jetzt das abwart und auch nur weil ich die weime zu lang gebraucht hat so das heißt wir haben motor das haben wir das haben wir motor kommt da hin und brauche ich noch ein kabel das war noch alu dann holen wir mal schnell acht stück ja ich darf jetzt noch nicht vergessen dass ich immer wieder mal alu durchjagen muss habe ich die großen gears drin nein na klar also stahl macht das schneller als aluminium ist klar weg das ist nur ein spiel hat nichts mit der wirklichkeit zu tun nicht aufregen weiter arbeiten das heißt wir haben jetzt einen 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 advanced combustion generator in der zweiten stufe so habe ich denn noch da drin nein also dann hätte ich gesagt dann jagen wir noch schnell stahl durch zwei mal dann brauche ich aus der poli abteilung vier stück und aus der elfer abteilung auch vier stück da kommt es aus der abteilung dann mal das da rein dann mal das da rein machen wir auch gleich zwei dann brauche ich jetzt mindestens einmal also davon brauche ich vier davon brauche ich einen 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 low voltage transformer so das heißt jetzt nämlich jetzt habe ich die möglichkeit dass ich zum beispiel sage okay entweder ich gehe im netter beziehungsweise nein wir müssen noch schnell an was denken aber ein einsam macht absolut keinen sinn ich brauche bitte das kabel hier 16 stück müssten reichen und sie immer wieder neu machen aber ich bin der felsen festen überzeugung vier erreicht erst mal ja ja drag vier erreicht aber nicht für den du hast den falschen gebastelt ja ich brauche die auch noch für maschinen da brauche jetzt auch richtig viele das wird jetzt das nächste große ding sein wie gesagt jetzt kann man ja anfangen dann schon mal zu sagen so sachen aufzubauen das werden wir jetzt dann auch immer öfter machen das werden wir jetzt dann auch immer öfter machen weil das wird erstmal hier oben rum probiert ne bis das funktioniert bevor ich es runter trage aber zum beispiel was ich jetzt irgendwann ja vorhabe ist zum beispiel wenn meiner mal austauschen also die engine da vorstellen weil momentan trage ich einfach nur batterien in den meter wieder zurück ist ja schwachsinn kann man so eine engine dranhängen und gut ist so hammer meinen kleinen so und jetzt brauche ich von dir acht stück davon brauchen wir zwölf stück davon brauchen wir auch zwölf stück so das heißt das kommt da rein gib ihm so äh wie viel habe ich noch drin in der canning habe ich gar nichts mehr drin dann holen wir mal ein stack lithium schmeißen wir auch gleich wieder rein ich weiß gar nicht ob ich sogar schon alle voll habe unten dann sei das sogar noch vier fehlen aber die hätten dann erstmal pech gehabt aber das heißt jetzt für mich also ich könnte ich könnte jetzt mit den vier batterien 16 maschinen befeuern bringt mir nur nichts also ich brauche eine also mir hätte auch eine ein ein als der kleine der der one slot komplett gereicht aber 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 ich möchte ja eigentlich dass ich dann auch jetzt ist halt nur die frage kriege ich das hin ich habe habe ich schon ich habe schon eine zweite zentrifuge ne ja bräuchte ja okay ich bräuchte jetzt für das was ich jetzt im kopf habe bräuchte ich noch eine zentrifuge war drei drücken zwei motoren gut gut das heißt da 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 gut 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 900 millibuckets kleber habe ich drin so dann schmeißen wir das mal schnell da rein dann haben wir beide dabei ich mache jetzt mal hier den aufbau und zwar ich möchte als erstes haben die advanced combustion generator dann kommt daneben der medium voltage battery buffer und da kommt dann hin er da ähm ähm komm wir nehmen ein normales kabel da macht man jetzt so viel aus so ein zweifaches zinnkabel dann heißt das jetzt du kommst da hin und du kommst da hin ich baue ich ab und stell dich hier hin du kommst da hin du kommst da hin ähm dann heißt das jetzt für mich ich brauche ich brauche jetzt erstmal kurz ich glaube ich habe kein holz da ne 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 ja ich brauche mein kleider ja das problem ist ich bräuchte jetzt eigentlich ein filter dass er das jetzt gleich komplett richtig macht so dann heißt es jetzt ich brauche jetzt aus wo habe ich denn meine lampe ex besten weggeschmissen da ist er so wir laufen jetzt einmal komplett mit den bräumen der reihe durch so die bäume habe ich glaube ich jetzt teilweise schon dort das ist jetzt mal so in der erste aufbau den ich so im kopf habe was ich machen will und den muss ich halt dann irgendwann so kompakt bauen wie es nur möglich ist dann habe ich dir hingestellt ok so ich habe jetzt ja zwei sachen gekriegt ich habe jetzt einmal sticky resin bekommen es kommt jetzt erstmal oben rein batterien noch mitnehmen und ein bisschen benzin dann kommst du jetzt schon mal dahin drei stück werden ausgefüllt du kommst da rein genau das erste klebemaschine das wäre witzig wenn das geht jetzt läuft das erste mal der speicher hier voll dann läuft der speicher hier voll ah und er läuft perfekt so das heißt jetzt ich habe jetzt refined glue hier drin und ich habe jetzt raw rubber dust drin so wir gehen mal schnell nach vorne so raw rubber dust ist hier ja das heißt du kommst jetzt dahin und dann heißt es für dich item output an zeitlich zeitlich aber jetzt ne ich habe momentan noch einen normalen tank hinten das ist in ordnung warte nein das ist ein super tank den sollte ich leer machen den sollte ich unbedingt leer machen weil sonst brauche ich was zum essen ich habe sowas was ich gleich da kann ich nämlich da gleich denn den baum reinschmeißen dann habe ich jetzt hier den super tank dann haben wir den super tank hier hin da kommt jetzt dann der kleber rein dann gehen wir auch gleich um und der restliche kleber der dort drin ist kommt auch noch rein wir sind zufrieden kleber ist weg so er zieht es halt noch nicht raus aber wir haben ja hier hinten was gebaut und zwar ich nehme jetzt mal ein fluid conduit ich setze ich hier hin und dann gehen wir hin und sag du magst bitte insert und du magst extract und zwar immer so und jetzt läuft das nämlich da rein das heißt wir haben jetzt schon mal hier den vorteil muss ich nur noch schauen okay er hat es nicht gemacht du magst es nicht richtig richtig falsch aufgestellt ah jetzt magst du das danke ja habe ich ich habe dich so seitlich gedreht äh da zwei ja jetzt ist egal dann erstmal eins drin ich könnte jetzt auch dann hingehen und sagen okay wir machen ähm die eins aber ich will ja nicht nur methan gas haben da bin ich jetzt gerade beim überlegen was mehr sinn macht ja dann macht das sinn gehe ich nochmal schnell mein methan holen das müsste ja auch schon ein super tank sein ja der ist sogar komplett voll wird auch ein bisschen rest ist mir egal also moment jetzt ja okay wobei so groß ist es gar nicht ne ah okay vielleicht weil nicht so viel drin war oder sie haben da auch was geändert das kann natürlich sein jetzt machen wir die flüssigkeit raus so jetzt laufen laufen nämlich hier auch die dann das methan rein jawohl so jetzt muss ich natürlich nur gucken ja ja wobei das ist gar nicht mal so dumm das heißt jetzt aber für mich ja wobei ich kenne es ja mal ich kann ja mal schauen geht es zuerst den dann den dann den dann den dann zwar jawohl ja es geht es geht noch nicht äh weil ich kein filter ab außer natürlich er kann nur das verarbeiten dann wird es natürlich einfach als habe ich jetzt dann auch noch einen so und war ja noch okay das heißt ich habe jetzt dass ich habe jetzt dass das geht jetzt alles raus grün raus wenn da mal diskret könnte ich vielleicht sogar hinkriegen du also grün rein das ist klar bis braun das braun insert nein doch richtig mit dem wir dahin ja danke ich habe doch nur ist extrakt ausgemacht du bist das genau du musst braun werden genau so also du siehst das grün raus du bist insert insert auch kein filter und insert bist du auch und du mache ich auch an und evola schon das alles drin so das heißt jetzt aber eine sache brauche ich noch macht das sonst absolut keinen sinn schon wieder dunkel noch eine chest so du kommst dahin habe ich vielleicht genau die richtige anzahl an conduits gemacht so ich muss jetzt leider die letzten paar minuten ist mir irgendwie mein headset abgeschmiert ich hatte auf einmal keinen sound mehr und mein mikro wurde auch nicht mehr aufgezeichnet hervorragend ich habe nur festgestellt gott sei lang festgestellt es war nur gott sei lang so an die acht minuten also versuche ich das ein bisschen jetzt mit nachzuvertrauen dass ich mich hinlisch nee wir möchten jetzt dann sozusagen die die conduits ja und wir haben jetzt die conduits eingestellt dass er jetzt noch den restlichen reinbekommt dann die batterie läuft flüssigkeit läuft auch die zwei laufen auch super die flüssigkeiten werden automatisch reingeschmissen das ist perfekt so werde ich gleich feststellen dass mir noch was fehlt und zwar holz genau wir haben alles da aber kein holz das ist soweit in ordnung genau die flüssigkeiten wird halt rausgezogen wenn man das kompakter bauen will kann man natürlich jetzt auch hingehen und sagen okay weil ich möchte ja ein drei also drei breit vier hoch maximal in so einem bereich haben und dann habe ich gesagt dann könnte man auch mit pumpen arbeiten dass man das hat sogar auf 3 auf 32 beziehungsweise wenn man den stromkabel von hinten anschließt dass man dann die die maschine halt von hinten steuert und dann hat man halt drei platz wie gesagt und wenn du das alles halt sauber magst dann müsste der platz ausreichen so wir rennen mal schnell zum unserem forestry rucksack dann fliegen wir mal schnell auf die füße und wir haben uns entschieden dass wir schnell noch ein bisschen holz holen so er kann auch ganz schnell gemerkt man sollte vielleicht noch die sepplinge rausnehmen er stellt er fest ja super also ich habe nur noch ein ja jetzt habe ich wieder vier das ist super und wir machen weiter jetzt habe ich noch drei jetzt habe ich vier drei habe ich noch zwei jetzt habe ich wieder zwei jetzt habe ich noch einen genau und jetzt hat er direkt natürlich nicht aufgepasst dass er noch einen hat und da ich das noch gerade gewusst habe und ich halt mitbekommen habe darum nehme ich das auch gleich auf weil es noch frisch im kopf genau so das heißt wir hauen jetzt schön brav die bäumchen weg wie gesagt es ist total lustig also ich hatte ich höre mich ja selber sozusagen beim reden weil ich das nicht leiden kann wenn ich das dann total und ich habe mich aber reden hören also war für mich das headset noch an ich habe mich nur gewundert dass er von meiner minecraft sound aus war und das blink blink habe ich nicht mehr gehört einmal gedacht da stimmt was nicht genau dieses hübsche geräusch hatte ich vermisst auch schön dass man durch dieses geräusch mit kriegt dass irgendwas am headset wind weiß gar nicht baue ich alle ab oder baue ich habe ich jetzt nur die seite abgerissen wir gucken was tut er was tut er er baut noch die seite auch noch ab so schau jetzt immer wieder mal aufs mikro das ja auch wirklich aufnimmt glaube aber dass ich mich alle wenn ich fest da fehlen noch bäumchen da stelle ich fest ich habe kein ton das aber nach nach zu synchronisieren auch witzig ja jetzt ist er verwirrt ja kennt man da wird ist dann noch die sepplinge hin ja und jetzt stelle ich fest ja dann machen wir mal nicht lieber zu lang nicht dass erstens die folge sowieso schon wieder über lang aber wir wollten ja das mal so ein aufbau steht dass mir mal mitkriegen was ich dann zuvor habe wie gesagt ich kann das ja irgendwann auch so machen dass ich sage okay wenn sie da zum beispiel keinen sinn macht weil die stromversorgung zu weit weg ist dass wir dann hingehen und sagen okay wir bauen da eine engine rein und lassen die dann zum beispiel über pipes mit flüssigkeiten befüllt das ist ja auch die andere möglichkeit was man machen kann oder gas oder whatever so und wir werden lustig folge blinkt kommt ein bisschen holz rein das ist eigentlich ganz schöne menge 350 holz es ist great wood dann müssen wir jetzt natürlich noch die schönen zepplinge abliefern wenn es dann natürlich mein headset mich dann daran hindert länger als eine stunde aufzunehmen habe ich einen neuen grund pünktlicher zu werden genau so aber soweit haben wir alles vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschau tschau